Tja hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Mailbillie auf dem Kanal zu einer kleinen Messer- und Preisvorstellung. Der gute Jörg hat mir ein CRKT Persian Folder zukommen lassen, der ebenfalls noch seinen Weg ins Charity Xmas Giveaway finden wird. Und da habe ich gedacht, wenn ich schon wieder mal ein neues Messer hier auf dem Tisch habe, können wir es uns auch noch kurz anschauen. Kommt hier neben dem CRKT typischen Recyclingkarton. Finde ich eine gute Idee, warum irgendwelche Plastikzeug verwenden, wenn man das auch mit einem schönen Recyclingkarton machen kann. Dabei immer noch so ein kleiner Mini-Mini-Katalog und ein kleines schwarzes Samt-Täschchen und darin befindet sich der Persian Folder. Design von Steve Czernigan. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und wie der Name schon sagt, ist es auch im persischen Stil angehaucht wie diese Krummdolche. Aber ich finde, es ist ein richtig schöner, exotischer Gentleman Folder. Sieht doch wirklich cool aus mit diesem reingefrästen Muster. Diese goldenen Edelstahl-Liner darunter aus 420er J2-Stahl sind diese Liner mit dem Frame-Lock. Darin befindet sich eine Klinge aus 8CR14-MOV-Stahl. Und hier sind noch solche G10-Griffsschalen drauf. Daumen-Pin. Hoffene Konstruktion. Niedlicher kleiner Gentleman Folder. Kein Clip, kein Lanyard-Hole. Einfach nur ein kleines Persisches Klappmesser. Daumen-Pin ist abnehmbar mit einer Torx. Hier sieht man Persian Folder. Czernigan Designer. Schöner Framelock hier. Verriegelt sauber. Schön einmal über seine Breite hinten. Gleich am Anfang der Klingelwurzel. Läuft wunderbar. Sitzt schön mittig. Fast mittig. So ein halb Millimeter. Tolles kleines Messerchen. Für EDC am Wochenende in die gute Weste. Oder für das Büro. Da kannst du ja nicht mit einem Rambo-Messer aufkreuzen. Ein schöner, geschwungener. Das geht hier in einer Linie vorwärts. Schön. CRKT. Vom Griff her. Passt sogar noch voller 4-Finger-Grip. Obwohl es so ein kleines Messerchen ist. Kann man natürlich schön auf das Geschwungene hinten den Daumen drauflegen. Für einen Druckschnitt oder so. Klasse. Kleiner Daumen-Pin. Aber man kann ihn noch greifen. Der Framelock verschließt einwandfrei. Der Detent Ball rastet sauber ein. Mit viel Schwung. Gerade eben hat es einmal geklappt. Erhol. Mit ganz viel Schwung. Kriegen wir es rausgeschleudert. Super. Was sagen die Maße? Was haben wir da? 8CR-14mm auf Hochstahl hatten wir schon. Und zwar in einer Stärke von 2,75mm. 2,75mm sind 0,107 Inch. Also knapp unter 3mm. Mit einer Klingenlänge bis hier runter. Von genau hier wo die Klinge hier aufhört. Das sind 7cm. Mit einer Gesamtlänge von 16cm. Also ein schön kompaktes Taschenmesser. Was sagt das Gewicht? 65g. 2,35 Unzen. Leicht ist er auch noch. Verschwindet problemlos in so einer Jeans Tasche. Und trägt nicht dick auf. Der etwas andere Gentleman Folder von CRKT. Lässt sich prima einhändig öffnen und schließen. 7cm Klinge. 16cm Gesamtlänge. Nett. Ja, das wird ein Preis. Zusätzlich noch. Wir sind dann bei Preis Nummer 21. Und ich kann euch sagen, es wird nicht bei 21 bleiben, sondern da kommt noch was dazu. Also Leute, macht mit. Es lohnt sich. So, den kleinen Persian Folder vom Jörg. Danke für die coole Sachspende. Den machen wir wieder hier in das kleine Samttäschchen. So, die lebt. Wieder hier rein. Verpacken wir wieder. So, wir brauchen eine Tüte. Denn da kommt ja noch ein bisschen was dazu, ne? Genau. So, die Preise noch ein bisschen umgestalten. Ich habe hier mal das Medipack genommen. Für den großen Rucksack. Weil ich glaube, der Rucksack ist alleine schon gut genug. Da machen wir noch ein Medipack dazu rein, ne? Auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich auch hier noch, zu allen Preisen, noch ein Poloshirt dazu. Und ein guter Buddy hat mir noch eine ganze Kiste Kienspan geschickt. Also für alle Survivalisten, Buschkrafter, Outdoor-Freunde, Lagerfeuer-Freunde. Es gibt zu jedem Paket, ich muss gucken, wie viele Stücke sind, ob es aufgeht. Mindestens eins, maximal noch zwei gute Stücke Kienspan dazu. Und für alle, sage ich mal, nicht Outdoor-Menschen, die sich nachher wundern, wieso da drin ein Stück Holz noch liegt in den Preisen. Sucht am besten mal hier bei YouTube nach Kienspan. Dann werdet ihr sehen, was es mit dem Stück Holz auf sich hat und was man damit tolles anstellen kann. Ja, dann machen wir hier mal Preisnummer 21 daraus. Und wie schon gesagt, es wird wohl nicht bei 21 bleiben. Ich denke mal, wir gehen auf die 22, 23 zu. Na ja, mal schauen, was da noch... Ich krieg da noch was rein, ne? Also Leute, es lohnt sich auf jeden Fall weiterhin mitzumachen. Spendet eine Kleinigkeit für den guten Zweck an die Hilfsorganisation eurer Wahl. Lasst mir eine Art Beleg-Bong-Bundschrift-E-Mail-Bestätigungs-E-Mail zukommen. Und ihr bekommt ein Los beim Hillbilly in sein diesjähriges Charity-Giveaway. Und wer weiß, vielleicht gehört dieser kleine Persien-Folder an Weihnachten euch. Dazu gibt es die Mini-Erste-Hilfe-Kits, ein Polo-Shirt und noch ein Stückchen Kienspan. Und jetzt nochmal Feierabend, Freude. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Macht mit, verbreitet die Info vom Giveaway weiter, verteilt sie in euren sozialen Netzwerken. Dass dann noch ein paar Leute mitwachen und dann noch ordentlich was für den guten Zweck zusammenkommt. Also, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Hillbilly.